Hallo, hier ist wieder euer WeHawkLP. Ich begrüße euch zurück bei Wonderboy. Ja, Leute, hier ist man so ein bisschen in Commentary-Form, denn, wie angekündigt, steht uns jetzt erstmal ein Boss-Rush bevor. Sprich, ich zeige euch jetzt nochmal die Bosse 3 bis 6 und ja, Welt 7 mache ich dann wieder ganz normal in Let's Play-Form für euch. Aber, ja, die Bosse, die habe ich mal eben so nebenbei quasi mal aufgenommen, habe mich abends an einem netten Freitagabend mal hingesetzt in entspannter Atmosphäre und habe einfach mal die Bosskämpfe gemacht. Die sind mitunter wirklich nicht einfach, weil das Tempo der Bosse nimmt sehr stark zu, also die Häufigkeit ihrer Feuerbälle, meine ich. Und sie halten auch mehr aus, insofern, ja, ansonsten sind die Bosse vom Prinzip her alle gleich geblieben, aber, ja, werden halt immer schwieriger. Und wie das gelaufen ist, ja, das seht ihr jetzt mal in einem kleinen Zusammenschnitt. Hier kommt der Boss-Rush. Ja, also zunächst mal geht es mit Boss von Level Nummer 3 los. Ähm, erinnert so ein bisschen an Slippy, werdet ihr gleich sehen. Ja, das ist doch eindeutig Slippy, oder? Oh nein! Auf jeden Fall! Oh nein! Fox, help me! Oh nein! So ein komischer, blonder Junge will mich einfach fertig machen. Slippy! Halt die Klappe. So, der ist noch relativ langsam. Wirft alle paar Sekunden mal einen Feuerball. Ihr habt also alle Zeit der Welt, um seinen Kopf zu treffen. Ihr müsst auch wirklich mittlerweile gelernt haben, wie man zielt, sonst wird es echt schwierig gegen die Bosse. Ihr könnt sie halt echt nur am Kopf treffen. Das ist halt die Schwierigkeit bei der ganzen Sache. Nur der Kopf ist verwundbar. Und ihr werdet übrigens, das habe ich im ersten Part gar nicht erklärt, ihr werdet gleich sehen, was passiert, wenn der Kopf wegfliegt. Kläre ich euch dann gleich nochmal. Ist gleich soweit. Und da ist es! So! Habt ihr es gesehen? Er wirft den einen Kopf ab und verwandelt sich in einen anderen Kopf, quasi. Oder setzt sich in einen anderen Kopf oben drauf. Ja. Das ist also quasi immer ein und derselbe Boss, nur mit anderen Köpfen. Ihr habt also jetzt schon den Vorgänger, äh, äh, beim Vorgängerboss hier schon diesen Kopf jetzt kurz gesehen. Den Affen. Ja. Und der macht bekanntlich vier Schaden, also müssen wir hier sehr vorsichtig agieren. Ja. Ist nicht immer ganz einfach. Leichter gesagt als getan. Man denkt, es läuft gut. Man denkt, man hat diesen Boss schon im Sack. Und wisst ihr, was dann passiert, Leute? Dann passiert sowas. Ja. Das passiert einfach unheimlich schnell gegen diese Bosse. Aber Wonderboy gibt natürlich nicht auf. Er probiert das Ganze nochmal. So ein Affe ist gefährlich. Aber doch nicht gefährlich genug. Für unseren Blondshop hier. Ja. Und so machen wir den Affen fertig. Auf alle Fälle. Bin mal gespannt, welche tierischen Formen er noch annehmen kann. Beziehungsweise ich weiß es ja. Tja. Und gleich war es das mit ihm. Gleich ist auch der Affe besiegt. King Kong hat keine Chance gegen Wonderboy. Den wahren King. Hier. In diesem Spiel. Oh ja. Ja. Sag ich ja. Und. Haha. Das war's. Und habt ihr es gesehen? Den Kopf? Ja. Das ist nämlich unser nächster Gegner. Und. Mal ehrlich, Leute. Wenn das nicht Falco Lombardi, auch aus Starfox ist. Dann weiß ich auch nicht. Slippy und Falco hier als Bosse bei Wonderboy. Nur Slippy war noch sehr viel Interpretation. Aber das hier Falco. Wie viele blaue Falken kennt ihr schon? Also wenn das nicht Falco ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Das ist eindeutig Falco. Gegen den wir hier antreten müssen. Jeez Louise. What is that? Das ist Wonderboy. Und danach nicht fertig. Ihr seht, hier ist schon bei diesem Boss langsam wird es heftiger. Also er wirft immer häufiger mit Feuerbällen. Er bewegt sich an sich auch, glaube ich, ein bisschen schneller. Und zwar immer in demselben Muster. Aber trotzdem. Das ist nicht einfach. Wenn ihr nur relativ wenig Möglichkeiten habt. Ich habe hier diese Taktik verwendet. Dass ich immer so vor ihm herlaufe. So ein bisschen. Dann warte, bis er wieder zurück geht. Und dann seinen Kopf treffe. Das war so ein bisschen meine Taktik. Ist allerdings sehr zeitaufwendig. Und funktioniert bei dem vorletzten und letzten Boss nicht mehr. Weil da einfach von der Zeit her ist das viel zu knapp. Ja, könnt ihr nicht so lange zögern. Da müsst ihr auch mal ein bisschen was riskieren. Ja, und das hier ist eine nette kleine Mieze-Katze, die uns jetzt hier bevorsteht. Ist das nicht herrlich? Hey, Mieze. Na? Alles fit? Oh Gott. Ja. Wie gesagt, so was kann schon mal passieren, wenn man sich mit einer Mieze-Katze anlegt. Ja, Yari darf hier als Boss natürlich auch nicht fehlen. Oh je, mir, nee, nee. Ja. Hey, Mieze. Miezi, Miezi, Miez. Ja, komm, ab ins Körbchen. Wir zeigen es dir. Oh ja. Und gleich geht die Mieze ins Körbchen vor. Wird Wonderboy nochmal ordentlich verkokelt. Ihr seht also, hier an dieser Stelle habe ich dann auch schon wirklich Save-States verwendet, weil... Das ging mir dann echt auf den Sack. Da kam Tod nach Tod nach Tod. Ich habe dann irgendwas Save-States verwendet, was mich genervt hat. Ja. Also, da musstet ihr echt schon... Da müsst ihr viel riskieren bei diesem Boss. Ihr seht oben, wie knapp das von der Zeit her wird. Wie Zeit das von der Knapp her wird, genau. Und, ähm, ja. Zum Glück haben wir es dann doch noch geschafft. Und der letzte Gegner, ihr habt es gerade gesehen, ist Benjamin Blümchen. Ja. Kein Witz. Benjamin Blümchen. Aber das war es mit dem Boss Rush. Jetzt geht es mit dem eigentlichen Let's Play weiter. Welt 7. Hallo, hier ist wieder euer WeHawkLP. Ich begrüße euch im Cheat-Menü. So. Bevor wir die letzte Runde angehen, die wollte ich ja euch komplett zeigen. Ja. Will ich mal ins Cheat-Menü, weil ich hab's mal offscreen probiert. Das ist die Hölle. Also, da müsste ich selbst mit Unendlich Leben, müsste ich da teilweise wirklich mit Save-States arbeiten, weil ihr verliert euren Hammer. Das ist, das ist das Schlimmste eigentlich. Ihr verliert halt den Hammer an manchen Stellen und dann ist es unheimlich schwierig, irgendwie doch an dieser einen Stelle vorbeizukommen. Oder generell, viele Stellen sind ohne den Hammer eigentlich gar nicht... Oder Permanent Axe, das ist ja eine Axt. Ohne die Axte ist das gar nicht schaffbar teilweise. Deswegen hab ich jetzt hier das Cheat-Menü aktiviert. Wir machen einfach mal Permanent Axe, machen wir mal Ja. Und wir starten jetzt mal von Area 7, Abschnitt 1, das konnte man hier auch einstellen. Drücken auf Space, legen mal los, ohne Unendlich Leben, brauchen wir nüch. Ach was. Wir werden es noch brauchen. Das kann ich jetzt schon sagen. So. Jetzt stell dich mal diesen Abschnitt ohne Hammer vor. Was jetzt kommt? Ups. Naja gut, das war jetzt wirklich dämlich. Entschuldigt. Das ist doch wieder richtig Schwierigkeit. So. Okay, jetzt stellt euch diese ganzen Abschnitte hier mal ohne Hammer vor. Ich seht schon, das ist mit Hammer schon schwer genug hier durchzukommen. Und. In der Tat echt nicht einfach. Und es geht noch weiter. Wie gesagt, stellt euch das mal ohne Hammer vor. Das ist so übel. Ihr bekommt die nämlich, glaube ich, erst ab hier. Ne, scheiße. Das war auch noch ein Sensenmann. Ihr bekommt hier an dieser Stelle noch nicht mal den Hammer endlich. Das ist ja der Hammer. Ja. Nur mal so als Beispiel. Also das ist wirklich heftig. Deswegen werde ich jetzt mal den Sheet No Collision with Obstacles aktivieren. Sprich, wir können nicht mehr getroffen werden von irgendwas. Dann klappt es nämlich auch mit dem Nachbarn. Zusätzlich werde ich noch den Unendlich-Lebens-Sheet verwenden. Weil es gibt auch noch Sprungpassagen. Die wollen natürlich auch übersprungen werden. Nicht, dass wir sofort wieder Game Over sind. Ja. Und damit sind wir jetzt endlich ausgerüstet. Die letzte Runde anzugehen. Das wird der Hammer. Boah. Da freue ich mich überhaupt nicht drauf. So. Jetzt ist es auch egal, ob wir den Hammer permanent haben. Jetzt kann man einfach hier durchhüpfen. So. Oh Gott. Es sei denn, es geht um Zeit. Ja. Oh Gott, die Zeit. Die Zeichen der Zeit. Ich habe sie erkannt. So. Oh weia, oh weia. Ja, super. Jetzt ist die Zeit natürlich auch so gut wie abgelaufen. Entschuldigung. Das war jetzt natürlich dämlich. Und hebs. Dazu kommen dann halt echt auch noch die Sprungpassagen. Die Zeit. Und dass ihr nicht mehr von den Gegnern getroffen werden dürft. Und was weiß ich was alles. Das ist so heftig, das letzte Level. Das haben wir auch, glaube ich, wirklich ohne Trainer nie geschafft, dieses Spiel. Das war wirklich übel. So. Gehen wir das Ganze nochmal an. Ja, du kannst mir auch nichts mehr anhaben. Aber wie gesagt, auf die Zeit müssen wir trotzdem noch achten. Insofern nicht zu viel Zeit vertrödeln. Und. Wunderbar, das hat doch geklappt. So. Da haben wir danach unseren Hammer. Wunderbar. Ja. Also diese letzten Abschnitte sind böse. Ich bin froh, dass wir jetzt hier so einfach durchrennen können. Oh, Skateboard. Ja, natürlich. Machen wir bitte. Das war ja wohl klar, dass das nicht hinhauen würde. So. So kann man es natürlich auch machen. Das war elegant. Elegant. Wie dieser Junge. In seinem Höschen. Und der Höschen. Wie auch immer. Das ist schon, das ist schon wirklich böse, was jetzt hier auf einen zukommt. Das ist wirklich nicht mehr normal. Dieses Spiel ist definitiv nichts für Pussys. Ich war mir nicht, ob man damals mit sowas geworben hat. Wobei, Pussys. So böse Ausdrücke hat man damals noch nicht gesagt. Das ist nur unsere Generation von heute. Das. Ach. Durch das Feuer laufen. Wir gehen wirklich durchs Feuer. Ach ja. Ich kacke für dich ins Feuer. Auch wenn der ganze... Nein. Okay. Dam, 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 dam. Keine bösen Sachen sagen. La, 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 la. Wir rennen jetzt hier entlang. Denn wir können nicht getroffen werden. Ihr könnt mir gar nichts anhaben. Was war das für eine Scheiße? So eine blöde Sprungpassage gab es noch nie. Ach. Okay. Wow. Okay, da musst du sofort wieder abspringen. Das ist böse. Aber es hat beim zweiten Versuch hier geklappt. Gut. Ha. Ha ha. Das ist bestimmt wieder so ein Sensenmann-Typie da drin gewesen in dem Ei. Ha ha. Ha ha. Übrigens, das, was da auf dem Boden sitzt... Wow. Habt ihr gerade... Das hat mich gerade abgelenkt! Habt ihr gerade, ähm... Diesen Glitchfrosch gesehen? Okay. Ähm, das, was hier auf dem Boden sitzt, ihr seht das hier. Das sollen übrigens dieselben Fledermäuse sein wie an der Decke. Nur halt ein bisschen zusammengekugelt. Ich hätte es auch nicht erkannt, muss ich sagen. Aber laut C64-Wiki ist es so. Okay. Sie sehen ja schon recht ähnlich. Ja, okay. Aber ich hätte trotzdem mit irgendwas anderem gerechnet. Also elektrisch aufgeladene... ...Segel, die... ...da sind, um, äh... ...da zu sein. Was zum... ...komm, machen wir es nochmal. So. Das ist halt echt... ...das ist so böse. Ihr seht, was ich meine. Um das Ganze hier mal abzukürzen. Deswegen dann auch nochmal zusätzlich mit Safe States, weil... Also ihr habt wirklich den Vergleich vielleicht, wenn ihr den ersten Part gesehen habt mit Runde 1, was das für einen Unterschied macht. Das ist schon echt böse. Ja, da könnt ihr auch wirklich, ja, könnt ihr Monate für trainieren und es... ...wird immer noch eine relativ schwierige Kiste. Also gut, und jetzt kommt der Sensenmann wieder und jetzt guckt euch das mal an. Glaubt ihr, das kann man ohne Hammer schaffen? So viele Gegner an einem Stück. Vergesst es. Was? Meine Schuld. Okay. Sehe ich ein. War meine Schuld. Alles gut. Also gut. So. Ich glaube... Okay. Was? Zomenka, wieso? Und... So, und... Hier sollten wir nochmal eine Runde warten. Auch wenn die Zeit natürlich rumgeht. In dem Fall dann doch lieber nochmal eine Runde abwarten und... Und... Boah. Da wäre ich beinahe zu spät abgesprungen. Da seht ihr echt mal, wie schnell das hier geht. Aber Leute, nun steht er bevor. Der finale Boss. Der Big Boss Man. Der Boss aller Bosse. Er kommt. Und wir. Ja, er kann uns ja nichts mehr anhaben. Wir können ihn einfach so besiegen. Aber ihr seht, wie schnell dem seine Feuerbälle kommen. Und ihr seht auch... Seht ihr, wie viele Treffer wir ihm machen müssen. Und ihr seht auch, dass das Ganze hier um Zeit geht. Also, wie man den überhaupt schaffen soll ohne Cheats. Das ist schon wirklich böse. Es ist nicht so, dass ich es nicht gesehen hätte, dass es nicht schon Leute geschafft hätten. Also... Ich kann euch nur den Kanal von Cubex empfehlen. Der hat das hier geschafft ohne Safestates. Das ist schon echt irre. Und das war unsere Freundin. Ja, das war's. Game over. Unsere Freundin. Seht euch das an. Seht aus wie ein Alligator, oder? Und so eine haben wir gerettet. Und warum war sie hier auf einmal rothaarig? Im Bild war sie grünhaarig. Was wir für einen unglaublichen Bonus hier gerade bekommen. So. Unfassbar. So, Leute. Und dann, wenn man das dann hat, geht es wieder von vorne los. Wonder Boy. Wonder Boy. Boy 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 Area One Round One. Ja, ja, ja. Wir machen jetzt den Super Wonder Boy Song. Na, 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 na. Boi, 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 Boi. Oh yeah, Skateboard Action. Das ist natürlich eine schöne Idee für den gelungenen Abschluss dieses Let's Plays. Eines wirklich schweren Spiels. Vielleicht hätte ich mir den zweiten Part doch schenken sollen. Vielleicht hätte ich es beim Let's Show des ersten Teils belassen sollen. Auf der anderen Seite habt ihr so mal gesehen. Yeah! Was man mit einem Skateboard alles machen kann. Und, ja. Ich möchte mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Das war Wonderboy. Bis zum nächsten Mal. Euer WeHawkAP. Bis dann.